Jo Leute und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Wolfenstein aus dem Jahre 2009. Ja, wir haben noch ein paar Missionen offen, äh ne warte, das war der falsche, hier wollte ich hin. Und zwar haben wir hier noch das Krankenhaus, die würde ich mal als erstes machen. Und dann haben wir noch die paranormale Basis, da gehen wir aber beim nächsten Mal hin. Jetzt widmen wir uns erstmal dem Krankenhaus. Da waren ja noch ein paar Geiseln zu retten, wenn ich mich recht erinnere. Kurz nochmal auf die Karte gucken, wo genau muss ich hin? Hier vorne durch, komm ich da so hin? Müsste. Gernetisch müsste ich einfach nur hier durch, ne? Hier und dann auf der anderen Seite, genau. Oh, okay, das sind meine Jungs. Sorry, ich wollte nicht auf euch schießen. Das war ein Missverständnis. Okay, hier ist sogar schon das Krankenhaus. Na dann, Abfahrt. Greetings, Sir. How can I help you? The name's Blazkowicz. I was beginning to think you'd never make it. There are things going on here that defy explanation. Nazis are performing some kind of experiments on the patients in the surgical. Oh hell, nicht gut. Jetzt sind hier auch noch unsichtbare Super-Nazis, oder was? Ihr verdammten Schweine, ihr! Was stellt ihr hier an? Wir sind doch alle komplett verrückt geworden hier. Jetzt haben wir hier noch ein paar Unterlagen. Ihr Schweine! Unsichtbare Super-Nazis. Ich glaub's auch. Ich würde gern, aber... Mir fehlen die Möglichkeiten, Bruder. Es tut mir leid. Ich kann dich nicht befreien. Nix drin. Ein Haufen Spinde, aber nix drin. Was ne Enttäuschung. Oh, das klingt gar nicht gut. Rest in Peace. Die Armen. Die waren so hilfsbereit. Der kennt meinen Namen. Ja, ist mir schon aufgefallen, Bruder. Ist mir schon aufgefallen. Aber keine Sorge. Jetzt ist der BJ hier. Der BJ wird euch alle retten. Nichts geht über einen guten BJ. Das Wortspiel war beabsichtigt. Ich komme! Oh, shit. Komm schon, raus da! Ich glaub, das bringt nix. Ich glaub, drauf schießen hilft mir nicht. Was zum Teufel? Hat der Schild grad kurz nachgelassen? Ah, okay. Wo ist dieser Scheißkerl hin? Komm schon, zeig dich! Du kleiner Feigling. Bild ich den BJ. Noch ein bisschen Gold. Alter, was macht der hier? Der läuft hier komplett amok. Komplett verrückt, dieser Typ. Komplett verrückt. Ah, kein Wunder. Ich will gar nicht wissen, was die mit ihm angestellt haben. Da wäre ich wahrscheinlich auch nicht mehr ganz rund. Gut, bin ich wahrscheinlich so schon nicht. Du kleines Dreckschwein. Besiegen Sie den Attentäter. Ich werde es versuchen. Ich werde es versuchen. Ich nur wüsste, wo er hin ist. Freu dich nicht zu früh, du kleiner Drecksack. So, das hast du jetzt davon. Guckt ihn euch an, wie der zerfetzt wurde. Nicht mehr viel von ihm übrig. Den würde nicht mal seine eigene Mutter wiedererkennen. Was denn? Wer will hier noch was? Ich verstecke mich nicht. Wo ist der hin? Wo ist der hin? Okay, stürmen Sie die geheimen Labore? Nix lieber als das. Nix lieber als das. Oh, okay. Hier brauche ich wieder die Nummer. Los PJ! Los PJ! So, ihr seid ein Spi. Well, you don't frighten me. No matter what you do, we will win this war. Our creations here are just the beginning. We have tapped into the true potential Du bist einfach nur ein kranker Wichser Und als so einer wirst du enden Hey man Es ist vorbei Der Doc kann dir nichts mehr anhaben Lebst du überhaupt? Du siehst aus wie eine Puppe What the fuck Was haben die mit denen gemacht? Ihr kranken Schweine Schild kann ich auch Freundchen, Schild kann ich auch So, das war's mit eurem komischen Priester Oh shit Keine Munition mehr Da war doch noch einer Irgendwo da oben war noch einer Wo bist du? Komm raus Kleiner Feigling Ich such nochmal alles ab, ob hier irgendwo Gold ist Ihr wisst, wir dürfen nichts liegen lassen Wir brauchen das Geld Wo zum Geil ist der Typ? Na warte Joachim, wenn ich da oben bin Oh Gott, okay, okay Na, noch jemand? Oh Gott, diese Viecher schon wieder Wie haben sie es bloß geschafft, die zu zähmen? Wow, 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 wow Nein! Fuck, diese komischen Antentäter schon wieder Es gibt also noch mehr von denen Was ne Überraschung Na los, komm raus Was? Was? Wie war das kein Headshot? Dieser Drecksack mit seinem MG Alter, das gibt's doch nicht Ich brauche auf jeden Fall dieses Upgrade Dass wir mehr Schleier-Energie kriegen können Halt, stopp Das Ding will ich Lass mich durch, verdammt Okay, ich brauche noch ein bisschen Energie Für diesen komischen Erzessen Für den brauche ich auf jeden Fall noch Über Energie, die übrig bleiben muss Stirb, verdammt Ah, du kleiner Bastard Ich die Typen hasse Die sind so schrecklich Was auch schrecklich ist, ist, dass hier so viele Spinde sind Die lassen mir keine Ruhe Ich kann sie auch nicht einfach ungeöffnet lassen Das geht doch nicht Seht ihr, da kommt nämlich Oh Gott Erstmal Voicecrack des Todes Da kommen nämlich manchmal noch gute Goldstücke bei rum Oh Gott Schieß Oh oh Hat er es echt noch geschafft, eine Granate zu werfen, ey Stirb Verdammter Priester Oder was auch immer du dastehen sollst Okay, da muss ich wieder irgendwie durch Shit Ich laufe auch noch genau rein Ah, dass die Sicht auch immer so schwarz-weiß werden muss Jetzt stirb, verdammt Die halten immer so verdammt viel aus im Nahkampf Hallo, hallo Wechsel die Waffe, verdammt Oh, okay Okay, das ist manchmal echt komisch Der wollte gerade auf Krampf die Waffe nicht wechseln Ist da was, ich nehme mal die Partikelkanone Na, wie schmeckt euch das, hä? Oh ja, die fetzt Die fetzt richtig Ich liebe dieses Ding Ich liebe es Los, Randa Oh, hier lag noch ein Dokument Das war purer Zufall jetzt Na los, komm raus Ich hab dich doch genau gesehen Diese verdammte schwarz-weiß-Sicht Widerlich Die züchten hier schon wieder irgendwas Die züchten hier schon wieder irgendeine Scheiße ran Erinnert mich ein bisschen an Resident Evil An den Tyrant Hat schon so ein bisschen Ähnlichkeit Oh, oh Gott Das hätte jetzt gerade wieder mein Tod sein können Deaktivieren sie die Maschine Okay, es geht wieder in den Untergrund Was haben die Nazis eigentlich immer mit ihren Untergrundbasen? Also wirklich Weg mit dir Oh, oh Puh Okay, der hat ganz schön reingefetzt Tesla-Gewehr Das kennt man auch noch aus Return to Castle Wolfenstein Sehr geiles Ding Aber leider funktioniert das nur auf Close Range Das ist so ein bisschen schwierig Okay, wo ist der Schleierdämpfer? Wo ist das Ding? Fuck, 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 fuck Ohne meine Schleierenergie bin ich hier verloren Wo bist du? Wo bist du, du scheiß Kerl? Was ist mit dir? Du bist ja komplett krank So, jetzt hast du nichts mehr zu lachen Kleiner Penner, du Okay, wo ist das Ding? Das muss hier irgendwo in der Nähe sein Aber wo? Übersehe ich irgendwo was? Stimmt hinter der Wand, oder? Ist der da irgendwo? Ich sehe hier nichts Zum Geier Soll das scheiß Ding sein Das Ding ist halt Ich kann auch nicht so lange in dieser Form bleiben Sehe ich den von hier? Ne, der muss schon irgendwo hier oben sein Aber wo? Ich sehe ihn nicht, verdammt Ich sehe ihn einfach nicht Wo ist das Scheißteil? Wo, verdammt Oh Ja gut Die Tür, die habe ich gar nicht für voll genommen So, jetzt Und durch da Schon wieder ein Schleierdämpfer? Das gibt es doch nicht Erst mal ein bisschen Energie aufladen Hier Jo, Granate Ihr seid doch bekloppt Auf die kurze Distanz Wolltet ihr euch selbst in die Luft sprengen, oder was? So dunkel hier Verdammt, jetzt stirb endlich Oh, 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 oh Verdammt, der SS-Trupp, ey Ah, guck mal, hier ist noch Gold Ein bisschen Gold schadet nie Gott, die haben Schilde Dieser verdammte Priester schon wieder Na endlich Verdammt, wie viele von denen sind denn hier? Ich werfe da jetzt eine Granate Da war doch noch einer Okay Ne, den hat's erwischt Den hat's sowas von erwischt Alter, okay Okay Die wurden komplett auseinandergenommen, die Jungs Ist hier noch irgendwas? Haufen Särge? Das kann doch nicht alles sein Hier muss doch noch irgendwas Irgendwas muss doch hier noch sein Aber ich seh nix Hm Wer weiß Klärt mich gerne auf Klärt mich gerne wieder in den Kommentaren auf Oh, oh, oh Tunein' the harmonic frequencies has proven much harder than we had thought Every test subject that passes through the portal still returns to us altered Mein Gott Mein Gott Mein Gott Es ist der Blut Du musst mich proteste Nein, Herr Doktor Du wirst die Mann, die mich proteste Nein, du wirst nur unsere Kraft Ach du Scheiße. What the fuck bist du denn? Das nimmt hier wirklich Resident Evil Ausmaße an. Okay ich hab doch eine schöne Panzerfaust. Die wird doch wohl ein bisschen Damage anrichten oder was? Zerstöre die Säulen. Oh shit der kommt hier hoch. Der kommt hier hoch. Der kommt. Okay das bringt gar nichts. Überlebe ich das? Ja ich überlebe es. Okay so funktioniert das nicht. Ich muss ihn wahrscheinlich reinlaufen lassen. Oh Gott. Jep ich muss ihn definitiv reinlaufen lassen. Oh Mann. Oh Mann. So ist gut. Schön gegen die Säulen. Hier bin ich. Oh oh. Der ist ausgewichen. Hier her. Wow. Ja komm noch ein paar Mal. Nein. Oh fuck. Er ist durch die Säule durch auf mich zugerannt. Ja 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 ja. Das kennen wir schon. Überspringen bitte. Wow. Okay. Okay ich bin immer One-Head wenn das Vieh mich erwischt. Holy shit. Nein. Ja überspringen. So ist gut. Schön die Nazis töten. Die haben dich zu dem gemacht. Alter. Okay der kommt wirklich immer genau dahin. Na gut. Ich bleib jetzt hier oben. Ich bleib jetzt erstmal hier oben. Ist mir egal. Ihr klärt das da unten schon unter euch. Oh jetzt kommt er wieder hoch. Wo ist er? Los hier bin ich. Komm schon. Hier. So ist gut. Hier. Hier bin ich. Oh Gott. Ich komm nicht weg. Fuck fuck fuck. Na komm schon. Ich warte. Wow. Lauf 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 lauf. Na komm schon. Einmal noch. Hört auf auf ihn zu schießen. Das ist mein Job. Ich will jetzt auch nicht die Nazis ausschalten. Weil ich glaube dass er dann mich angreifen wird. Wow. Okay der wirft Steine. Wow 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 wow. Wow wow wow. Wow wow wow. Fuck alter was passiert hier? Oh mein Gott. Oh mein Gott. What the hell ist denn jetzt los? Okay. 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 Ich meine ist relativ gut verlaufen würde ich sagen. Okay. Ich soll den Kristall zurückholen. Da haben wir ihn. Okay. Was kriegen wir jetzt für eine Fähigkeit? Wucht ihrer Waffen. Uh. Durch Schilde schießen. Okay. Okay damit reicht einfach eine Kugel aus. Damit sind die einfach One-Shot. Und wir können durch Schilde schießen. Heißt sowas hier ist auch möglich. Sehr nice. Sehr nices Upgrade. Gefällt mir. St임 Gogh. Ich habe ihre Arbeit gekauft. Aber ich glaube nicht, dass ich das Portal komplett verletzt habe. Ihr habt immer noch Bock und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Dann würde ich sagen, bis dahin, bye bye.